Es ist nicht so leicht, den besten Samovar zu finden, denn die Auswahl am Markt ist sehr groß. Zudem müssen Sie sich nicht nur mit der Art des Samovars, sondern auch mit den verschiedenen Einsatzbereichen und den wichtigsten Kaufkriterien befassen. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Samovare-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Als besonders kompakter Samovar ist das Modell von Karajaze empfehlenswert. Er bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und erwarnt zudem akustisch, wenn das Wasser fertig aufgekocht ist. Zudem gibt es eine Warnlampe, die nach 40 Minuten darüber informiert, dass der Tee frisch aufgebrüht werden sollte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist insgesamt sehr gut, wenn die Bedienung ist komfortabel. Er ist mit einer Warmhaltefunktion ausgestattet und auch ein Tee-Sieb ist im Lieferumfang enthalten. Einen Kalkfilter gibt es bei dem Modell aus Kunststoff leider nicht, obwohl dies für den Wasserkocher am Ausguss möglich wäre. Denn über ein Ventil verfügt der Samovar nicht. Durch die kompakte Bauweise ist zudem das Fassungsvermögen mit 1,5 Litern für den Wasserkocher etwas knapp bemessen. Die Teekanne aus Glas fasst hingegen 0,8 Liter, was sehr ordentlich ist. Eine genaue Temperatureinstellung ist trotz der Bedienelemente auf der Vorderseite nicht vorhanden. Auf Nummer 4 Der klassische Samovar aus Edelstahl von Korkmaz konnte im Test ebenfalls überzeugen. Er bietet ein Fassungsvermögen von 3 Litern und ist mit einer Warmhaltefunktion, Kontrollleuchten sowie einem praktischen Ventil ausgestattet. Die Teekanne besteht ebenfalls aus Edelstahl und durch die Kunststoffgriffe können Sie beide Elemente komfortabel abnehmen und transportieren. Die Reinigung ist unkompliziert, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und die Handhabung ist ebenfalls insgesamt komfortabel. Leider müssen Sie bei dem Modell sowohl auf einen Kalkfilter als auch auf ein T-Sip verzichten. Es ist daher empfehlenswert, zusätzlich ein Edelstahl-T-Sip oder ein T-Ei zu kaufen, um losen Tee verarbeiten zu können. Beachten Sie, dass Sie keine Wunschtemperatur einstellen können, denn das Wasser wird konstant kurz unter dem Siedepunkt gehalten. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3. Der T-Bereiter von Bosch ist ein moderner Samovar, der gleichzeitig auch als einfacher Wasserkocher genutzt werden kann. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dank günstigem Preis und guter Ausstattung sehr gut. Eine Glasteekanne inklusive T-Sip aus Edelstahl liegt dem Modell bereits bei. Das Fassungsvermögen des Wasserkochers liegt bei 2 Litern und die Teekanne fasst insgesamt 0,7 Liter. Durch die ordentliche Leistung wird das Wasser schnell zum Kochen gebracht, allerdings ist er im Betrieb etwas lauter als manch anderes Modell. Der umlaufende Leuchtring zeigt an, wenn das Wasser fertig gekocht ist. Da das Gehäuse transparent ist, lässt sich der Wasserstand komfortabel ablesen. Ein Kalkfilter im Ausguss ist ebenso vorhanden, sodass der Reinigungsaufwand reduziert ist. Da das Modell über keinen Hahn bzw. kein Ventil verfügt, müssen Sie die Kanne zum Ausgießen abnehmen. Auf ein Thermostat zum Einstellen der Wunschtemperatur müssen Sie verzichten. Bei Nummer 2 Der Samovar von Molex überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist mit einer Warmhaltefunktion ausgestattet und als klassische Samovar verfügt er über ein Ventil, um das Wasser komfortabel entnehmen zu können. Zwar besteht das Modell überwiegend aus Kunststoff, es ist aber klassisch moderne Sein und die Teekanne ist aus Porzellan gefertigt. Dadurch macht der T-Bereiter auch optisch etwas her. Der Wasserbehälter bietet ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern. Über ein Thermostat zur Einstellung einer Wunschtemperatur verfügt das Modell nicht, zeigt aber per LED an, wenn das Wasser heiß ist. Das Fassungsvermögen des Wasserkochers liegt bei 2,5 Litern und erhält das Wasser konstant auf 95 Grad Celsius. Ein T-Sieb aus Edelstahl ist enthalten, allerdings kommt beim Filter auch Kunststoff zum Einsatz, was ihn nicht so langlebig macht. Auf einen Kalkfilter müssen Sie bei dem traditionellen Samovar verzichten. Im Energiesparmodus verbraucht das Modell recht wenig Strom, arbeitet also sehr sparsam. Unterm Strich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Als bester Samovar und damit als Testsäger konnte sich das klassische Modell von Asom durchsetzen. Der elektrische Samovar ist mit einem Ventil ausgestattet und verfügt über eine Abstellfläche für die Teegläser oder Tassen. Die Handhabung ist sehr komfortabel und die Teekanne aus Glas ist mit einem T-Sieb ausgestattet, das sehr feinmaschig und ordentlich verarbeitet ist. Das Modell selbst besteht zwar überwiegend aus Kunststoff, ist insgesamt aber ordentlich verarbeitet und zudem klassisch designt. An den Griffen lässt es sich komfortabel tragen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unterm Strich trotz des etwas höheren Preises sehr gut. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Alle inklusiveen Untertitelungen des ZDF für funk, databricks und die Beschreibung untertitelungen. Vielen Dank.